Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute mal ist Tano Gaming Network. Wir haben es ja im letzten Part den Creeperwald begegnet. Privates Spiel freien. Und, let's go. Ich hoffe, ich bin jetzt auch noch auf demselben. Ähm, wie ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall spielen wir heute wieder Minecraft Dungeons. Und wir gehen auch direkt ins Game. So, jetzt müssen wir uns an. Missions. So. Hier, den Creeperwald haben wir gemacht. Jetzt haben wir hier anscheinend einen Turm. Abenteuerzettel. Oh, ich bin auch fast. Ich glaube, den Nasser-Sumpf haben wir in der ersten Folge gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man auch sehen kann, ob man den schon gemacht hat. Keine Ahnung. Ich würde aber jetzt sagen, wir machen erstmal den Turm. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Wir drücken nach A. Der Turm. Okay. Reise nach Turm. Okay. Interessant. Sehr interessant. Sehr. Äh, es ist... Sonnt ja. Ich habe nur keine Ahnung, was man hier machen muss. Ja, den Fall. Scheint nicht. Ach, ich muss hier rein. Ja, alles klar. Da bin ich runter. Eps. Nein. Au, 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 au. Nein. Ich bin so scheiße im Spiel. Echt jetzt? Das ist anscheinend der Schloss 1. Ich habe jetzt hier drüben einfach. Er fällt wieder runter. Was ist denn das? Wackelig, wackelig. Au, 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 au. Ah, nein. Oh. Oh, ist das schwer, das Spiel. So. Hier rüber, hier rüber. Da rüber. Und ich bin wieder runtergefallen. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich fall wieder runter. Okay, jetzt ein bisschen konzentrieren. Die andere Seite. Komm mal nicht durch. Okay. Weg. Boah. Ich muss leider jetzt meine ganzen Pfeile durchsetzen. Sonst, wenn ich sterbe, kann ich nicht. Okay. Doch, wenn eins nach. Boah, ey. Das ist ja schwerer als, keine Ahnung. Erfüllbare Belohnungen. Äh. So. Ah. So geht das. An. So. Let's go weiter. Jo, was ist das? Nein, ich bin runtergefallen. Ey. Kann man denn nur so dumm sein in diesem Spiel? Ist mal ehrlich. Nein. Au, 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 au. Au. Der hat mich runtergespupst. Was ist das? Nein. Mann, das ist ja ein voll das blöde... Eisfieh. Weg. Boah. Ob das so einfach war jetzt. Ne, ich bin nicht zum Lager. Zurück. Okay, jetzt kann ich einen neuen Bogen nehmen. Zahn. Was? Was? Zahn? Irgendwas? 12 bis 30. Wie viel habe ich jetzt? 10 bis 15. Fährenkörper. 12 fähren Kampfschuhe. Bintorn. Ich würde tatsächlich meinen Bogen ändern. 29 fähren Kampfschaden. Er hat 12 bis 30. Aufladungsangebot. Ich glaube, ich würde tatsächlich den machen. Ja, ich würde den machen. Nee, geh weg. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Zwei Dinger habe ich. Ich bin tot. Oh, der Boon ist ja absolut geil. Wo 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 wo. Nein, 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 nein. Komm weg. Da ist tief. Okay, es wird auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Boah ey, Alter. Ich sterben. Wow. Ah, hier gibt es das, ey. Ich komme hier aber nicht durch. Was soll ich denn jetzt hier hin? Ach, hier ist noch ein Monster. Was ist hier? Hä? Was soll denn hin? Okay, drei ab. Das geht 18 Stunden lang, ey. So, was kann ich denn jetzt hin? Boom, Messer. Nee, also der ist auf jeden Fall sehr arm, ey. Oft. Geschwindigkeit ist tatsächlich nicht so hoch. 16 bis 48. Was denn? Ich glaube, diesmal wird es die Rüstung. Ich glaube, diesmal wird es die Rüstung. was denn? Ich glaube, das ist die Rüstung. Ich glaube, das war das. Ich glaube, das war das. Ich glaube, muss ich dir das machen. Ich glaube, das war das. Ich glaube, das ist ein Rüstung. Boah! Yes! Gehen wir raus? Ich weiß nicht, wo ich raus soll. Ah, da oben ist er. Ah! Da muss mir auch erst mal einer sagen. Nein! Und, go! Oh, die jetzt... Wellen... Wellen... Fäustlinge. 7-13 Nahkampf. Ja, ich hab halt auch... Ich hab halt eine Nahkampf-Waffe mit... 33-63. Also, da ist das hier halt ein Witz. Oh! 19... Aufmerksam. Was? 70 Nahkampf-Schaden. Langsam, aber mächtig. Absorbiert. Etwas Rückstoß. Gibt Gegner hervor. Wer stark genug ist, Anker in Kampf zu führen, folgt der Tradition von Legenden. Schweren Seefahrt. Genau. Ja, ich weiß nicht, ich glaub, die Waffe ist schon stark, ne? Ich glaub, ich würd mir erst die Rüstung holen. 30% Chance Schaden zu verhindern. 35% Schadensverringerung. 100% Abschlingzeit für beide Räuen. Nimm die, weil die sieht sehr stark aus. Was? Und das schwert hier hat halt eine super gute Kombi, das hier. So. Also, hier kann ich sehr schnell Leute halt, die irgendwas umbringen. Naja, es kommt nicht vor hier. Naja, es kommt nicht vor hier. Oh, die sind noch ganz schnell weg. Verdammt. Oh, wo kommt der Pferd denn her? Ja, was? Was kann diese Scheiße immer hier? Ja, ich meine. Ihr, ihr Minifiecher. Ich hoffe nicht noch eins. Oh, es kommt noch welche Scheiße. Ich hab kein, kein Leben mehr. Verdammt. Kein Leben mehr, kein Leben mehr. Boah, ist das sogar... Hat sogar noch geklappt. Hm? Fünf abgeschlossen. Perfekt. Neues Event. Oh. Letztes Mal. Irgendwas mehr geholt, doch. Ein Geräusch, hier ist doch... Okay. Also, ich hab immer noch eine starke... Es ist halt hier alles ein Witz, ne? 29 Ferngangsschaben... Hier beim Auf... Wechsel. Und dann kann ich hier noch drei andere Dinge reinpacken, würd ich sagen. Joah. Yes. Ja, es geht halt schon nicht schnell. Aber ich war jetzt nicht so scharig. Ja. Ja. Wieder abgeschlossen, würd ich sagen. Okay. Also einmachen, würd ich sagen. Anzer... Anzer... Plus 37... 35% Schadensverringerung. 25% Heilung. Das ist die Frage. Es ist halt eigentlich fast dasselbe, ne? Ja. Das Schwert ist auf jeden Fall wieder... Mutts. Hm? Ja, ich würd die hier nehmen. Die sieht auf jeden Fall viel besser aus. So, ich muss mal kurz das... Irgendwie so ein Ausdruck bringen. Ach, das ist ein sehr mächtigen Kombi, ne? Was hat er jetzt? Ne, in dem Tag. Was? 128 Nachpack... Hm. Überschüssiger Schaden trifft Kripturen in der Nähe. Was? Boah, das Schwert ist ja maximal ein Teil jetzt. Komm her! Ja, komm! Find mir nix. Wir sind die Kript. Hier oben seid ihr alle. Kommt! Wamm! 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 Weg mit euch! Weg mit euch! Wamm! 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 Wamm, Laura! Schaufahrt! Wo ist denn die Luft Blase? Wamm! Wamm, was ist da? Wamm! kommt denn da? Ah, hier. Hä? Hier sind aber gar nicht mehr. Ist doch niemand mehr. Ah doch. Ah, hier war ich der beste. So, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt aber zum Lager. Weil in der nächsten Folge machen wir dann damit weiter. Ja, würde ich sagen. So, wenn ich hier auf Missions-Dingsbums gehe, dann müsste ich ja, wenn ich hier doch auf Natur fortsetzen drücken. Hier kann ich anscheinend eine Belohnung abholen. Noch eine Belohnung abholen. Noch eine Belohnung abholen. Wer kann ich anscheinend nicht? Rufen. Ach so, man muss selber. Ach so. Jetzt habe ich natürlich nur wieder die Kackrüstung hier. Okay, okay. Ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Au rei, Leute. Euer Stunz. Au tschau. Bis zum nächsten Mal. Ja, look es lik. Ich gucke es nicht. Ich gucke es nicht. Dannным noch. ist ja nicht. ich gucke. Ich gucke es dirner, es darum, es sehr Tellzt. es etwas unterts. Bis zum nächsten Mal.